Ich muss nacheinander fünf Potenzen im Kopf berechnen. Er darf einmal zurückstellen, wie alle Kandidaten, aber er darf auch keinen Fehler machen. Hier unten zu deinen Füßen steht ein Lautsprecher. Der dient mir, damit ich das, was du sagst, gut hören kann. Lass dich nicht irritieren. Bist du so weit? Ja, fünf Potenzen sind es. Deine Herausforderung beginnt jetzt. Und die erste Zahl ist 73 hoch 12. 22 Trilliarden, 902 Trillionen, 48 Billionen, 46 Billionen, 490 Milliarden, 258 Millionen, 711.521. Richtig! Die Zahl muss ich vorlesen, weil die hat Jürgen geschrieben. 54 hoch 17. 282 Quadrilliarden, 288 Quadrillionen, 975 Trilliarden, 128 Trilliarden, 239 Billionen, 510 Billionen, 545 Milliarden, 880 Millionen, 230 Tauern, 784. Ja! Ja! Die dritte Zahl. Sieben, das ist jetzt. Siebenundsiebzig hoch 17. 117 Quintillionen, 582 Quattrilliarden, 402 Quattrilliarden, 33 Trilliarden, 790 Trilliarden, 174 Billiarden, 749 Billionen, 736 Milliarden, 828 Millionen, 787.097. Ja! Zweimal noch. Und du sitzt auch auf der Couch und bist einer von denen, die es werden können. Das super hören, aber wir sind jetzt schon begeistert. 83 hoch 20. 246 Millionen, 747 Quintillarden, 534 Quintillionen, 133 Quattrilliarden, 68 Quattrilliarden, 430 Trilliarden, 155 Trilliarden, 382 Billiarden, 383 Billionen, 568 Milliarden, 465 Millionen, 195.601. Ja! Rolando kann auch wunderbare Karikaturen zeichnen, hat hier die schönste Zahl von allen gemalt. Es ist deine letzte. Und wenn du es schaffst, gehörst du dazu. Es ist 72 hoch 16. 521 Quattrilliarden, 578 Quattrilliarden, 814 Trilliarden, 501 Trilliarden, 447 Billiarden, 328 Billionen, 359 Milliarden, 509 Millionen, 917.696. Ja! 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 Minsen! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020